Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich lese in den letzten Tagen immer wieder auf ganz, ganz vielen Seiten der neue Leak zu Pokémon Let's Go Wooper. Also das ist Felino und Pokémon Let's Go Togepi. Und da berichten sehr, sehr viele Seiten drüber. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns das Ganze mal an, ob da was dran sein kann, ob das real ist und wie eure Einschätzungen sind. Das Ganze dreht sich hier um diesen Leak, der gepostet worden ist, wo wir eine Information haben, bekommen, dass wir im Endeffekt, also Gold und Silber, also der Ablauf von Pokémon Day ist das, also das soll am Pokémon am 27. kommen. Jetzt zum Beispiel Gold, Silber und Crystal Remakes bekommen auf die Switch. Dann bekommen wir halt die Fortsetzungen von Let's Go Pikachu und Evoli. Das wären halt dann Hooper und Togepi. Kanto ist dann das Postgame. Wir bekommen einen neuen Pokéball als Accessoire, der aussieht wie der GS-Ball, wo dann Celebien drin wäre. Sowas wie halt im Endeffekt damals mit Mew. Und wir haben hier einige Sachen, wir gehen hier gleich durch. Ich will mit euch noch ein paar Aspekte aber gleich durchgehen, warum ein Pokémon Let's Go Yoto kommen kann. Ich weiß nicht ganz, ob es Felino und Togepi wird. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Hinweise, die gehen wir gleich nochmal durch. So, dann haben wir hier weitere Sachen. Wir haben zum Beispiel den Go Park, Moves von Fuchsania City zu Yotos Safari Zone. Das Gameplay ist relativ ähnlich. Wir haben neue Pokémon Anime-like Mechanic. We can play all your Pokémon. Dann haben wir Big In-Game Rewards, wenn ihr halt Pokémon von Let's Go rüberholt. Wir sind ein neuer Trainer und wir haben auch einen neuen Rivalen. Das heißt, es ist kein richtiges Remake von Gold und Silber, sondern halt ein neues Spiel in Yoto so gesehen. Unser Partner kann Aprikokos finden und bei Kurt abgeben. Oder die können wir dann bei Kurt abgeben, um neue Bälle zu craften. Ich meine, das könnte sein. Warum nicht? Das war ja damals in Gold und Silber so das Feature mit den Aprikokos. Und wenn man das Gold in Silber platt im Endeffekt Hooper oder Togepi zum Tragen gibt, dann pusht es das Ganze. Und es wird das letzte Game für die Switch sein von Pokémon. Kann auch sein. Ich bin nicht ganz sicher, Leute, ob wir wirklich Let's Go... Also Togepi würde ich unterschreiben. Togepi würde ich mitnehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich Felino bekommen. Ist Felino so besonders, so ein Fan-Liebling, dass sie ein ganzes Game Felino widmen? Ich hätte mir jetzt eher gedacht, dass wir, wenn wir in die Richtung gehen, eher sowas kommt. Let's Go Pichu und Let's Go Togepi. Hier ist die Frage, bleibt es da dauerhaft ein Pichu und wir hätten halt im Endeffekt ja schon Let's Go Pikachu. Das ist die Frage. Ich habe jetzt ein paar Leute gelesen, die in den Kommentaren sagen, ja, Let's Go Felino macht halt keinen Sinn, weil man kann ja Felino nach dem ersten Orden, wenn ich mich richtig erinnere, fangen. Ähm, ich meine, das würde ich nicht als Bedingung setzen, weil man kann ja auch Pikachu im ersten, also im Vertania-Wald fangen und wir haben auch Let's Go Pikachu gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist ja ein anderes Pikachu. So gesehen, dass das Pikachu, was wir hatten, ist ja stärker. Jetzt ist die Frage. Felino, weiß ich nicht. Gehen wir mal ganz kurz durch, warum ich denke, dass ein Yoto-Spiel kommt. Wir können ja mal schon mal ein paar Ideen sammeln. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass sowas kommen könnte. Also wir haben ein paar Hinweise, die auf Yoto hindeuten. Wir haben Punkt 1, hier Detective Pikachu, also dem Spiel, was durch die Switch rausgekommen ist, hatten wir diese zwei Bilder in einem der Haupthäuser. Wir hatten einen Lugia und einen Ho-Oh, was beides Anspielungen halt auf Yoto mit Lugia und Ho-Oh sein können. Dann haben wir in den letzten Wochen immer wieder auch andere Andeutungen bekommen, wie zum Beispiel in Pokémon Go. Ich weiß, das ist ein älterer Beitrag. Aber wir hatten jetzt gerade auch wieder Krypto Lugia. Jetzt war gerade, glaube ich, Krypto Ho-Oh. Das heißt also, auch hier sind wieder Pokémon Go aufgetaucht, die in Verbindung mit Yoto stehen. Die wieder oben halt auch, ich sag jetzt mal, bei einem Let's-Go-Teil ja auch mit Pokémon Go. Wissen Sie mal, das gehört ja auch ein bisschen zusammen, die Spiele. Daher könnte auch davon was kommen. Und wir hatten den letzten Trailer. Guck mal, das ist gerade ein Video, was ich letztlich mal hochgeladen hatte. Im letzten Pokémon-Trailer hatten wir kurzzeitig dieses Team gesehen. Und dieses Team ist nicht das Original-Team, aber es ist im Endeffekt das Team von Rot. Und nicht aus Gold und Silber, sondern aus Hardgold und SoulSilver. Hier Hardgold, SoulSilver, Silberberg, da hatte Rot, Pikachu, Relaxo, Klurak, Turtok, Bisaflo und Lapras. Und im letzten Trailer von Pokémon steht genau dieses Team da. So, wisst ihr, ich meine, es ist schon eine relativ große Anspielung. Ich meine, klar, ich weiß, Pokémon hat auch Anspielungen zu Schwarz und Weiß gemacht. Aber natürlich wäre das eine Möglichkeit, dass wir ein Let's-Go-Gold und Silber bekommen. Und ein Schwarz und Weiß-Remake. Wisst ihr, ich meine, weil das Remake ist ja ein anderes Spiel. Das ist ja eine ganz andere Richtung. Das geht ja eher, wie strahlt da jemand leuchtende Perle in diese Richtung. Und Let's-Go wäre ein anderer Teil. Das heißt, man würde alle seine Serien fortsetzen. Wir würden eine Fortsetzung von Let's-Go, so gesehen, Generation 1 bekommen. Nämlich Let's-Go Generation 2. Die letzte Generation, die ein Remake hatte, war Generation 4. Das heißt, wir bekommen also eine Generation 5 Remake. Und dann müsste rein theoretisch danach dann ein neuer Legendenteil kommen, der dann nächstes Jahr kommen könnte. Das heißt, wir könnten zum Beispiel Let's-Go-Poggepi und Felino oder Pichu eventuell erst im Herbst bekommen oder vielleicht früher. Dann könnte das Remake von Schwarz und Weiß das erste Spiel für die neue Switch sein. Vielleicht schon im Januar, wenn die neue Switch dieses Jahr noch rauskommen sollte. Und dann im Endeffekt kommt danach vielleicht ein Legendenteil. Was darauf schließen könnte, dass Pokémon sich vielleicht mal mehr Zeit für ihre Hauptspiele nimmt. Und da hätten wir überall eine Fortsetzung. Und dann wären alle Reihen auch bedient. Ich finde, dass diese Reihenfolge eigentlich ganz gut wäre. In welche Richtung halt dann das Legendenspiel geht, müsste man abwarten. Ich meine, da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Es gibt genug Pokémon, die, wie gesagt, eine Story dann hätten. Man könnte auch sagen. Und jetzt kommt's. Das wäre ja eigentlich der Plot. Also nicht der Plot, aber das wäre die Idee. Meine Prediction. Meine Prediction. Wir bekommen ein Let's-Go-Gold-und-Silber-Spiel. Egal, ob's Togepi, Pichu, Hooper, Felino. Nee, Hooper nicht. Hier, Hooper. Felino, wer auch immer wird. Ein Schwarz und Weiß-Remake. Und ein Legenden-Kirum. Warum? Warum auch komme ich da drauf? Naja, betrachtet mal so. Was kam denn für die Switch? Für die Switch kam Let's-Go-Pikachu-Evoli. Da, wie gesagt, wäre das die Fortsetzung, hatten wir eben gerade schon gehabt. Strahlender Diamant, Leuchtende Perle war ja die vierte Generation. Und Legenden-Archeos war ja auch die vierte Generation, wenn man das so betrachtet. Nur der Legenden-Teil davon. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir bekommen ein Schwarz-und-Weiß-Remake, dann bekommen wir vielleicht auch ein Legenden-Kirum. Was dann das Remake zu der Generation, also das Legenden-Teil zu Generation 5 wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das relativ schlüssig. So vom Ablauf her im Kopf, dass man sagen kann, okay, gut, da eine Fortsetzung, da eine Fortsetzung, da die Kombination. Das wäre genau das Gleiche, was Pokémon schon mal gemacht hat. Jetzt wieder. Weiß nicht. Schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall zu diesem ganzen Thema gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, das könnte passieren, das könnte nicht passieren. Ich finde so jetzt im Nachhinein beim drüber nachdenken, finde ich das relativ schlüssig. Ich weiß halt nur nicht, ob halt wirklich Felino so ein Fan-Liebling ist, dass man eben einen ganzen, weil man muss überlegen, Pikachu und Evoli waren ja wirklich in der Storyline sehr wichtig. Sie haben den Schneider, sie hatten Fliegen, sie hatten Surfer. Ist ein Felino so, dass er das tragen kann? Wiederum welches Pokémon außer P2 würde noch dazu passen. Schreibt vielleicht mal eure Idee zu Let's Go. Was auch immer, ja. Da fand ich die Idee letztens ganz cool, dass auch vielleicht einfach Let's Go Entei und Let's Go Raikou kommen. Wir hatten ja Crystal damals als Spiel, wo Suikun im Vordergrund war und jetzt als Gegenpart die anderen beiden. Und man halt direkt zum Start einfach einen Entei und einen Raikou bekommt. Also direkt zum Start, aber man bekommt es relativ früh. Ich meine, hey, wenn das im Level low ist, warum denn nicht? Vielleicht kann man es auch nur reiten. Auch eine Option, ja. Vielleicht kann man auch das am Anfang nur reiten. Ich sage, Leute, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.